Herzlich Willkommen! Ich bin Susanne Thiel, die Inhaberin in der Yoga-Schicht im CityCenter. Ich biete Dir Yoga-Kurse, Yoga-Wanderungen, Workshops, 1-zu-1-Coachings in meditativer Arbeit. Yoga ist ein Ausgleich der Ruhe, der körperlichen Bewegung und Heilung Deiner Seele. Besuche mich und ich zeige Dir Deinen neuen Weg. Ich bin Susanne. Ich bin Susanne. Untertitelung des ZDF, 2020